Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby mit Mehlblut und... Adventure Wii! Ja, fast richtig. Ja, wir machen gleich den Froster. Oh, Eislevel! Yay, und wir haben Feuer dabei. Ich hoffe, es ist ein Froster. Ich weiß nicht, ob ich noch mal rauskomme. Ich weiß nicht, ob ich noch mal rauskomme. Ich weiß nicht, ob ich noch mal rauskomme. Gib mir Feuer! Ich bin mir sicher, dass es in diesem Level Nütz nicht ist. Ampo! Das klappt auch nicht. Was für Eis? Das klappt auch noch nicht. Nein, das klappt auch noch nicht. Nein, das klappt auch noch nicht. Nein, das klappt auch noch nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, gut. Tschö, meeeen! Meeeen! Du hast wirklich nicht besetzt. Ich bin nicht besetzt. Ich bin nicht besetzt. Woher wieder rausk Davros? Ich halte keineppe Leistung. Du hast die floodern. Ja. Komm? Ich bin doch was. Oh! Der quadver dropped. Warum brennt der Eis-Fähigkeit in der Eis? Ja, strange, oder? Ich denke, die Frage ist, warum brennt der in der Eiswelt? Warum muss man es nicht werben? Ach, schon allein weil ich nicht wüsste, wie das geht. Du musst sehr verziehen drauf wissen. Jetzt muss ich an Animal Crossing denken. Ja, aber wo oder? Ich weiß nicht, was ich angestockt habe, aber ich hab's eigenes. Hast du schon wieder deine Fähigkeit verloren? Ja. Die Schwieze, ich hab doch alles. Oh, warte, man muss Pumma an, klar. Nein. Ah, ich lass mal. Nee, ist okay eigentlich nicht. Ah, okay. Oh, voll geil. Jennifer, ich mach mich gut. Ich kann eben keine Leute tragen. Das sieht nicht so aus. Das ist nicht so cool, deswegen können wir hier noch ein bisschen und holen wir wieder. Ich weiß ja... Ich wollte da auch einen Gegner alt und neu dazu machen. Was machst du? Du hast schon wieder verloren. Nee, die haben den gekillt, bevor ich den einsaugen konnte. Bleib. 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 Einfach wieder. Ja, vielleicht musst du das noch mal auf einer anderen Welt mitnehmen. Wäre mal... ...wäre zu münderst was in einem Spiel. Ja. Ja. Nein. Ja, das ist nicht so schön. Ich muss mich mitnehmen. Das ist schon so geil. Oh, ich habe mich mitnehmen. Ich habe mich mitnehmen. Ich habe mich mitnehmen. Cool, man. Cool, Mann. Das ist klar. Das ist alles gut. Das ist nicht einfach. Das müsse dann Beta sein. Haben wir Alpha in die Hände zu schließen? Ja, Mann. Wie? Bei die Murat? Wie? Alles, was er braucht, was er braucht. Alles, was er braucht, was er braucht. Fug! Mach es zum Freund. Mach es zum Freund bevor er stirbt. Es ist so ein Mensch, das hat Luft. Es ist so ein Mensch. Es ist so ein Mensch. Was? Ey! Wieso, ich bin jetzt ein Mann! Ui, ich bin weg! Fahne! Oh. Gute! Gute! Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Was? Das sieht irgendwie... das ist voll der süß. Wir haben die Spinne einfach ausgelöst. André wird sich freuen. Obwohl du hast eine Spinne gegessen. Ich weiß nicht, ob der André sich nicht doch lieber anguckt. Ja, aber das ist normal. Das macht man häufiger. Komm, T-Bone ist eins. Ich hatte ja auch einen Wing rein. Oh Gott, was ist das? Was ist das denn hier? Er erinnert an einen Vogel. Nein! Das wird es auch schon fast gefährlich. Hat mir was passiert, wenn wir alle Pinke zu sein nennen? Ja, dann können wir wahrscheinlich alle Puzzle generell aufwenden. Mondblisona. Ah... Zusatz... äh... Planet... Beta. Tja, was machen wir? Beta. Okay. Bye! 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 Was ist das denn? Ist das der Bean? Ja... sist denn bald gewesen. Es... Aaaa... Ich guck's an. Ich geh einfach gerade raus. Ist ja keine Wand... Schneller oder auch nicht? Besser nicht schnell. Nur ein bisschen. Ja, du musst steigen. Ja, du musst steigen. Ja, du musst steigen. Ja, du musst steigen. Keine Ahnung. Auf geht's. Ja, das ist so. Ich habe die Schnellen. Oh ja, das ist ein schönes Gefühl Oh, du hast mich getroffen Oh my god Was ist das denn? Zwei, zwei Ich habe ja immerhin alles gefunden, ich bin aber auch noch Ey, 106 Ja, wir sind immerhin viermal, vielleicht dreimal gestorben Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Was könnte ich mir vorstellen Eigentlich Ja, du stirbst ja Ja, ich habe keine Ahnung Ich hätte die Juge glaube ich nie Nicht so, aber ins Team Achso Gott, ich habe Stein Ich brauche eine kleine Sorge zu machen Ich kann es auch immer vorkälen Ich kann es auch immer vorkälen Ja Taktik Taktik Das ist recht Cooler Taktik Ach, wir kommen nicht mehr dran Schnell mal zu den Käse Nicht ganz sicher On która Das istido Betraut Das ist wirklich Varm die Kaffee Oh Sei Oh! Was ist das? Nein! Nein! Schraubler. 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 Passt nicht, als wir waren. Boah, wie schön los. Naja. Ja. Nicht so nett. Ich will ja nicht sagen. Wir haben 111 gekostet. Und wir werden vielleicht, je nachdem auf 100... Ja, monischerweise haben die 3 Spiele zusammen 111 gekostet. Ja. Ist ein Zeichen. Ist ein Zeichen. Hallo. Ja. No, ich hab's nicht geschafft. Toll. Da wollte ich jetzt extra einen Rund. Guck dir an, wie die Spiele mit angucken. Die ist voll grimmig. Vor allem jeder hat einen Affen an seiner Seite. An seiner linken Seite. Aber ich hab den Kulak und meinen Blau. Du machst mich immer 40. Du bist dafür pink. Aber ich bin Protagonist. Pink. Ja, ich krieg aber jede Frau, wie es dir vergeben ist. Und trotzdem gibt's hier keine Frauen in diesem Spiel. Doch. Okay, nein, das sind Mädchen. Fuck. 15 Minuten, okay. Na? Auf ins nächste Level. Ich hoffe, das sieht nach Boss aus. Jo. Erzen. Na gut, Tipps. Mist. Mist. Boah, das ist so sehr zerquatsch. Ja. Boah, guck mal, der Schirm, man. Stein aus. Hey, jetzt. Oh. Jetzt ist der Schirm sogar mal praktisch. Was ist passiert? Ja. Und ich muss mal schnell aufpassen. Wie kann ich das mal nie machen? Ähm, ich sprach den Schirm für dich. Das ist lustig. Wie kann ich das? Ne, das ist lustig. Es hat einen Schein. Der sich Das ist da, Falsch. Jetzt. Jetzt! Nein, nein, nein! Fick dich! Scheiße, wir kommen ja nicht mal so wie zieht wie. Stimmt, oder? Ja. Ja. Zäbel dich nochmal. Ja. Na, ist wirklich mal. Yes. Jetzt. Hm, ich hab das Gefühl, dass du in der Mama bist. Oh, das ist wirklich wie ein Walter. Ja. Kann der Hammer in die Jüngers bekommen. Ist wieder der Hammer. Oh mein, nochmal, das Wichtigste ist ja jetzt schon mal ein bisschen. Ach stimmt, die Plattform. Kommt ja auch so. Ja, gar keine Lust. Ey, jetzt war ich Spock. Da hab ich einen riesen Schwer. Oh, Eisbundkorn. Hallo, ne? Das ist nett. Nee. Witzig, was mich spezielles haben. Dein Hammer mitten der. Nein, nicht der 2, Claire! So, E-Divewechsel. Ich habe ihn geblieben oder gerade als Insight gegeben. Ja, das ist ein Eis natürlich zu kommen, oder? Oh, du bist ein Leiter. Ich kann den Eis aber auch keinen. ich schenke den schirm volle liebe na schau mal einer an snowy hat die schon wieder ich hätte nicht erwartet dich noch mal zu treffen rosa kugel eigentlich dachte ich dass du irgendwo in den trümmern von stürbastion liegst nun dann sollte ich wohl sicherstellen dass ich dieses mal auch wirklich siege da muss ich wohl diese flummi in eine eiskugel verwandeln das ist nicht cool wenn ich wollte ja auch immer schon ein eiskugel für meine trophäen sammeln ich spreng mich weg ja haben wir schon vorher nicht ich schütze um ich schütze um ich schütze um 1 ha ha nice oh 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 Das sieht so schön aus. Nicht, dass sie noch auf uns fliegt. Aber wer fliegt nicht auf Waddley? Wow, wir haben uns geschafft in 21 Minuten eine Runde zu schließen. Es sind hier sehr viele, aber sie hat auch ein paar kurze dabei. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Auch mal geil. Auch wenn ich meinen Herzinfarkt bekomme. Habe ich jetzt alles? Habe ich jetzt nicht alles? Ja, und ich denke mir so, nein, das hat schon alles. Na, wirst du dabei jetzt alles pinke Böe? Ja. Hi! Man muss ja antworten, sonst wäre es ja unmöglich. Das stimmt. Es sind auch nicht mehr viele Level. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Weißt du nicht, das können wir mal... Vier Stück noch ungefähr. Ich würde schon fast sagen fünf, weil... Ich würde sagen, das war's auch von diesem Part. Bis dahin. Ciao!